ARD Text im Auftrag von Funk Das ist hier komplett voll gemacht worden Hören Sie mir zu Hey, Duda, Duda, du Melonenkopf Du wartest jetzt Hey, hast du mich grad Duda genannt? Ich hab dich grad niemanden Hör auf, ihn Duda zu nennen, Officer Ey, jetzt hör mir mal zu, komm mal hier kurz raus So, und jetzt mit dem Gesicht Ganz ruhig, ganz ruhig, okay Mit dem Gesicht zur Tür, okay Okay, Blocky, ganz ruhig, ja Die beiden sind komplett tollwütig, ja Dieser Wärter hier hat seinen Job nicht mal verdient Aber Blocky, was war's? Wir werden was reißen, wir werden was holen, okay Wir werden ausbrechen Melonenkopf Ja, ja, da bin ich ja Ja, so weiß ich Mit Nachnamen und Vornamen Enten, Enten, Watscheln Hey, hör auf dich Quark, quark, quark Ich hab mich nicht bewegt Ich hab mich nicht bewegt Erster Strike, erster Strike Gegen die Tür, gegen die Tür gucken Ich bin draußen gespawnt Gegen die Tür gucken, okay Ich guck gegen die Tür Gegen die Tür gucken Gegen die Tür gucken So, du, der gerade eben gestorben ist Gegen die andere Tür gucken Okay, Lars Wenn ihr nicht gegen die Tür guckt, ihr beiden Ja, ja, ja Sofort tot Sofort tot Las, 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 kriegst du dir doch Du stellst dich jetzt Was, wenn ich mich gegen die Tür Noch ein einziger Fehler, Herr Lars, oder so Und für immer Knastzelle Für immer Da kommen sie doch nicht mehr raus Das war's dann für mich Was kriegst du Puffi, wenn du dich doch mal umdrehst? Ja Äh Hallo Leise dahin Hallo, leise dahin Wer sind sie? Guten Tag Wer sind sie? Hallo Oh, hallo Äh, ich bin eine Maus Seit wann haben wir eine Maus hier drinnen? Jungs, ey, hör auf Guck gegen die Tür Oh mein Gott, Flo, erster Strike Zweiter Strike Nein Guck gleich drinnen Warum bist du in deine Zelle reingegangen? Warte Guck jetzt Geh jetzt wieder gegen die Tür Ah Mäuschen ist jetzt Warte, warte Hallo Der andere Hallo Was soll'n das? Dritter Strike Du bleibst jetzt So Ich bin raus So, wir holen mal die Maus Wo ist das? Wo ist das? Hallo Guten Tag Gegen welche Türen soll ich gucken? Gegen welche Türen soll ich gucken? Hier, komm her Komm her Gegen die Türen gucken Guck gegen die Türen Ja Tür, was willst du? So, du Hey, lass uns gegen die Tür Ja, guck einfach gegen die Wand So Du, easy, cheesy Wie heißt du? Muss ich noch gegen die Tür gucken? Nein, du nicht Die anderen gucken Hey, guck jetzt Gegen die Tür Kannst du wieder aufhören Auszuschlagen? Warte, man kann sich mal bitte Die Dame hier Bist du ein Mädchen? Ja Ja Hi Ich bin easy cheesy Hilfe Wer soll Ich bin die Wand Guck Lars, ich bring das gleich wieder auf Jetzt stell dich mal bitte vor Nein, nein Du stellst dich jetzt erstmal vor Also, ich bin easy cheesy Und ich bin eine süße Maus Und ich bin hier im Gefängnis Weil ich was Böses verbrochen habe Was hast du denn verbrochen? Was haben eigentlich die anderen Jungs verbrochen? Wir sind Wir sind Wir sind hier ein Flugzeug eingebrochen Ah, was? Ich hab Ich hab ne Bank überfallen Weil ich mir ein Handy kaufen wollte Und du hast also Welches Handy? Geklaut, oder was? Ja, genau Es ist man Wie geht das noch? Du bist jetzt meine rechte Hand Okay, du kriegst hier ein Schwert Das heißt Ich will die linke Hand sein Nee, pass auf Du wirst hier gar keine Hand sein Du wirst mein linker Fuß sein So Erzähl mir mal zu So, ihr beiden kommt jetzt erstmal mit Wir spielen jetzt Lars, ich bin ein Fuß Was bist du? Jungs, im Enden Aber alle Befehle zählen auch für dich Easy cheesy Und wenn du einen Fehler machst Nimm ich dir dein Schwert sofort wieder weg Und du bist degradiert Warte mal Willst du mich jetzt eigentlich veräffen oder was? Willst du ihn veräffen? Willst du mich veräffen? Die will mich veräffen So, die bleibt jetzt für immer erstmal im Kraft So Okay Wir spielen Spiele Ja? Oh oh Hey Oh nein Ich hab mich falsch teleportiert Mist Lars, ich hab einen Ausbruch Komm schnell raus Lass sie raus Wir spielen jetzt Spiele Hallo, ich bin bei euch Jetzt, ruhig Alle ruhig Ey, du gehst jetzt weg von der Waffen Hier ist nicht mal der Tinten, der Dings ist ein Knopf Mäuschenstill Okay, kommt mir jetzt mit im Enden Ey, du bist doch mal ne Mäuschenstill Verstehst du? Mäus, Mäus, ach egal Mäus, Mäuschen? Kindergarten, komm jetzt mit Wir spielen jetzt ein Spiel Das nennt sich Spray Contest Spray Contest Das geht wieder mal um euer Leben Das heißt also Derjenige, der am Schluss Ach, Marina Hä, was um was geht Es geht doch immer um Leben und Tod Was, Kleber? Es geht um Kleber Um die Leber, was? Wir spielen jetzt um eure Leber So Das ist hier Kommt jetzt hier an die Wand Ich zeige euch jetzt Ich bin nur noch zu jung für Organspäne Jeder von euch kriegt jetzt einen Block Jeder kriegt einen Granitblock So Und Wir müssen jetzt Ich hab keinen Die haben wir geklaut Und jetzt sieht's so aus Das Zeug ist hart wie Krami Warum ich die Arme nicht so klein Warum haben sie ein Enderportal in der Hand Ähm Abgeben Abgeben Sofort abgeben Aber nein, das ist doch Nein, das kann ich doch nicht Sofort abgeben 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 Nein, nicht den Stein Den Stein musst du behalten Das ist Geh weg, geh weg Gott, der hat hier einen Block Das ist halt mein Spielzeug Zeig dir was Nein Nicht Nicht verbrennen Nein Nicht So, der ist jetzt Und dann schmeiß ich den Müll Siehst du das? Nein Ich will den Ey, was mache ich jetzt für den Granitblock? Wir spielen jetzt Spray Contest Um die Leber Ihr spielt jetzt um die Leber Okay So, das heißt Ihr habt alle Jetzt hört mir genau zu Ihr habt alle einen Block Und ihr müsst jetzt springen Und so weit wie möglich nach oben Versuchen Oh, das kann ich Das kann ich Der, der am niedrigsten ist Verliert sofort Wer will anfangen? Das kann ich Ich fang Was? Okay Oh, das ist ja das Schlechtste Töten, töten Strike Willst du mich veräffen? Also, ich weiß Okay, dann bleibt jetzt Easy, cheesy und Chaos of 44 Wer von euch höher kommt, gewinnt Ich bin Michael Jordan Ich schaff das Ja, du bist Michael Jordan Ganz genau richtig Okay, dann Oha Okay, das ist schon sehr hoch Nicht schlecht, nicht schlecht Nicht schlecht Oh 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 Ich bin gar nicht mehr da Ich hab ne super tolle Idee Komm bitte Wir spielen ein zweites Spiel Lars hat deine Liebe verloren Um eure linken Niere spielen wir heute Ja Ich komm nicht rein Papa braucht ne neue Niere Deswegen müsst ihr jetzt Wir spielen So Wir stellen uns alle bitte in einer Reihe auf Bei Flo in der Mitte Die gute alte Easy, cheesy Links von ihm Und der gute alte Lasiasi Rechts von ihm Lars hat die kleine Poe Jetzt aufhören zu bewegen Stillstand Stillstand oder tot Stillstand oder tot Hör auf dich jetzt zu bewegen Oh, ich bin hier Reißt du Warum hast du eigentlich ne Banditenmaske auf Hab ich doch gesagt Du hast doch verloren Ich kann den nicht ausziehen Ich hab meine Gesicht gewachsen Okay, stellt euch jetzt einfach hin Wir spielen jetzt Simon Says Wir spielen jetzt Simon Says Simon Says geht so Jeder weiß wie Simon Says funktioniert Er ist so Says Aber wir sagen trotzdem Simon Says Weil ich das mehr mag Könnt ihr denn so schön tanzen? Simon! Kann jeder von euch Simon Says? Jeder versteht das von euch? Ja, wer bin ich? Alles klar, dann spielen wir Simon Says Simon Says beginnt Wer sitzt sie? Warum hält er sich nicht an die Regeln? Warum sagt er alles was wir machen müssen? Kann ich das machen? Warum ich... Darum wieder Worte Jetzt stellt euch da jetzt gefälligst hin Und wir spielen jetzt Simon Says So, es sieht so aus Simon Says beginnt Derjenige der Simon Says nicht hinbekommt Wird getötet Sofort Hör doch auf Simon Says springen Simon Says ducken Wie duckt man sich auch? Jeder Befehl Jeder Befehl wird nur einmal ausgeführt Okay Wir springen Super Ey Lars, du bin ich mit schlechten Allem Lars, schon mal ein Leben verloren Lars, stell dich wieder hin Schon mal ein Leben verloren Simon Says einmal im Kreis drehen Simon Says zweimal im Kreis drehen Eins und fünf Simon Says springen Nein Dreimal im Kreis drehen Alles klar Ey, ich hole das Ding Ich habe es richtig gemeldet Ich hole eure Lebern Ich will die ihr haben Okay Letzte Runde Letzte Runde Okay So, wir spielen Simon Says Simon Says ducken Und springen Verloren Okay Setz dich auf die Auswechselbank Setz dich auf die Auswechselbank Spiel, spiel Basketball oder so Ich habe das Ganze Spiel Basketball Ich will auch Basketball spielen Okay, warte, ist das jetzt Finale Runde Okay, jetzt Simon Says springen Okay Ja, mach ihn wieder Simon Says den Kreis drehen Noch eine Drehung Ah, okay Wie ich einfach immer noch mitmache Bläh, bläh Simon Says springen Und ducken Oh Okay, warte Nach hinten gehen Kurz ein Stück Nach hinten gehen Ein Stück Ein Stück nach vorne gehen, bitte Simon Says ein Stück nach hinten gehen Noch ein bisschen Sie gewinnen einen Basketball Ja, Mann Ist der unterschrieben von Michael Jordan? Er ist von Michael Jordan Und von mir unterschrieben Ja, Mann Mit der echten Autogrammkarte Okay, dann dürft ihr jetzt ein bisschen Freizeit haben Spielt ein bisschen Basketball oder sowas Ja Erstmal ein bisschen essen Ja Schöner, 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 ja Was zur Hölle Komm, komm, komm Ich habe Hä? Das habe ich ja gar nicht gesehen Komm, komm, komm Aber wartet Wollen wir nicht eigentlich oben zu machen oder sowas Wegen Dings Nein, da ist Okay Ey, wo kommt man da hin? Warte, chill mal Ich sehe nichts Hier unten drin ist es so dunkel, Mann Was? Was? Vielleicht geht dir ein Licht auf dem Kopf Was? Ach, da Für wie blöd Nein Ich habe gesagt Ihr sollt draußen bleiben Geht jetzt draußen spielen Hallo Oh nein, komm hoch, komm hoch, komm Easy, easy, cheesy Was tut die denn da? Easy Entschuldigung Ja, nicht da Nein Was ist was? Zieh was, ich habe nichts gemacht Hier wird jetzt getötet Oh my god Ich habe gedacht, wir sind hier in einem ordentlichen Gefängnis Ich habe sie, ich habe sie Nein Nein, Alter, wieso ist der so schnell, Mann? Was ist? Ich glaube, der hat Dings, der ist Marathon-läufiger Typ Komm her, Chaos, Flo Ich habe hier nämlich eine gute Idee Komm her, hier rein Ich bin, wo bist du? Wo bist du unten? Guck mal, man könnte eigentlich theoretischerweise, wenn man jetzt hier Ah, wie ist der Werter? Ich meine, äh, ich habe eigentlich gedacht, dass man hier Hallo, hören Sie zu Ihr Spielort ist hier Der Spielort ist hier Das da ist ein böser Geheimgang, den nehmen wir nicht Ich möchte jetzt noch mal kurz Ich möchte nur noch mal sagen Nein Hör doch auf Hör doch mal Wir gehen jetzt nicht da rein Ihr bleibt jetzt nicht da rein Nein Hört auf zu streiten, das hat doch keinen Sinn und Swag Ich gehe jetzt essen Ich gehe jetzt essen Ich gehe jetzt essen, okay Und ihr bleibt hier und schmackt Ich gehe jetzt pumpen Ich stehe pumpen Ich stehe pumpen Genau, pumpen und sowas in der Art Ich gehe schmackt Warte, 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 warte Ich stehe mich hier runter Können wir hier hoch? Nein Ey, guck mal, guck mal Wir müssen hier hoch oben drauf Und Lars hebt uns Guck mal, Lars hebt uns jetzt, okay? Jetzt, jetzt los Hebe uns an Ahhhh Ahhhh Ich habe mir die Windel gemacht Ey, hier hinten Hinten sind Dings Lass uns windeln Kann man ja Hier hinten ist Dings einfach Was ist hier? Das habe ich eben mit meinem Auge aufgemacht Lass, komm, komm, komm Achso, krass, okay Warte mal Personal only Pass auf, Kieselaster Seid ihr eigentlich schon mal ausgebrochen? Nein, geh nicht da rein Nein Hol uns raus, hol uns raus Nicht da reingehen Hol mich raus, hol mich raus Dann kommen wir nicht mehr raus Lars, komm mal hier Ich bin noch nicht ausgebrochen Aber wir wurden schon ausgebrochen Spiele für Kinder Hey 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 Das ist ja auch alles Kinder Hey Hey, das ist... Das ist... Ihr wollt Probleme haben Ich bitte nicht töten Hier liegt einfach ein Schwert rum Hier liegt einfach ein Schwert rum Hier liegt einfach ein Schwert rum Jetzt einen Moment Nein, 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 nein Nein, nein, nein So geht das nicht Hören Sie zu Komm hoch, komm hoch Von wem war das jetzt... Von wem war das jetzt die Idee? Easy Cheesy Was heißt die Melone? Die Melone? Was heißt die Melone? Was heißt die Melone? Das ist der Flo? Entschuldigung Ich mach jetzt Parkour Entschuldigung Es geht jetzt leider auf den elektrischen Stuhl Kommen Sie da bitte runter Komm runter Bitte jetzt vor Auf den elektrischen Stuhl? Computer sagt nein Ah, du hast einen Bogen Kommen Sie da bitte runter Triffst mich hier nicht Und die anderen im Entl Oh, oh Aufhören zu streiten Ja, Mann, die wirkt Nein, nein, nein Nein PVP-Skills PVP-Skills Survival Games Es geht jetzt auf den elektrischen Stuhl PVA Okay, ich bin fast tot Hallo Ich entschuldige mich Okay, jetzt hört mir mal zu Wo ist ne elektrische Stuhl? Bitte auf Österreichisch Ich kann kein Deutsch Entschuldige Sie Griesland, hallo Was ist das? Griesland? Ja, Griesland, hallo Oh mein Gott Und jetzt kommen Sie mal Wo ist der Melone? Ja, das ist das Oh Er ist draußen, oh mein Gott Oh mein Gott Ja Ich würde jetzt einfach Slash TP machen Und dort keine Genau, genau Wir machen einfach so So Okay, lass uns sagen Was? Wo bin ich? Nein So, und jetzt noch mal kurz her zu mir So, und jetzt gehen wir mal alle zusammen Alle im Entenmarsch Bitte, äh, Dings Mir hinterherlaufen Im Enten was? Im Entenmarsch Im Entenmarsch Im Entenmarsch Im Entenmarsch Im Entenmarsch Ohne Entenmarsch Im Entenmarsch Ihr laufen jetzt mir hinterher Im Entenmarsch So, wir machen jetzt Wir machen jetzt ne neue Regel Okay Derjenige, der jetzt aus der Reihe tanzt, stirbt Wir müssen ne perfekte Linie laufen Okay Lauf mal ne perfekte Linie Wer ist erster? Lars ist erster? Ich bin ich, oh man Ey, wir brauchen ein Marschlieder Wir brauchen ein Marschlieder Cheesy Cheesy ist dritter Genau, singt arme Barbie Girl, wenn ihr läuft, ne? Arme... Und jetzt ab in den Spaßraum Ja, 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 ja Jetzt ist er zur Reihe getan Spaß mit Lars? Ich kann er erst mal sein Ja Das ist der wissige Raum Oh, oh, warum haben sie den Knopf hier abgebaut? Toot Da würd ich hier rauskommen vielleicht? Toot Nein, nein, nein Toot Das hier Knopf bitte wieder an Ja, ist ja gut Hier wird jetzt gespielt Hören sie zu Es wird jetzt toll gespielt Ich spiel mir Poker Und zwar spielen wir Nein, wir spielen kein Poker Wir spielen heute Elektrischer Stuhl Schauen sie zu, was mit ihrem Mitkollegen passiert Wenn der elektrische Stuhl Ja Lars, Glückwunsch Alles Gute zum Geburtstag Jaaa Ich hab so viel Spaß Und noch eine Runde Mir gehts gut, alles gut Dann brauch mal Das hinkst du gerade der Runde Sandstorm? Dann lasst du die Dann lasst du die Und die Jaaa Es gezählt Ja, ich bin auch Ja Auf geht Nein, du warst böse und du darfst mich auf den elektrischen Stuhl Ich Ich will jetzt auf den elektrischen Stuhl Gib mir jetzt nen Kick Lars Das macht wirklich Spaß Isi, komm Okay, Lars, viel Spaß Schau Schau, Lars Komm, komm, komm Ich komm nicht raus Ey, was ist mit dir? Ey, lass Lass Lass, komm zurück Ich gib dir ne Waffe Lass, komm zurück Ich gib dir ne Waffe Lass, komm zurück Ich gib dir ne Waffe Lass, komm dir nicht Wir sind Melone und Ey, lass, du bist auffliegen, gell Nein Ich hab nur mit ne Maus Oh, du bist halt wie ne Maus Oh mein Gott, Lass hat sich den Fuß geprägt Oh nein, oh nein Ey, stopp, stopp, stopp Lass hat sich den Fuß geprägt Stopp, Schild? Oh Gott, oh Gott Bitte kommt kurz her Was ist nur mit dir passiert? Was ist denn passiert? Lass Lass I have got mir die Fuß geprägt Lass Ach, oh, Gott, der Puls sieht ganz toll immer aus Crasht 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 Oh meine Freunde, ich glaub ihr seid schon, zu oft gestorben Lass, lass, Lars ganz richtig Ich hab ne Leber für dich O, Leder hast du für mich Gib mal das Leder Echt? Exx Natur-Leder? Wörstest du mir das Ergeben? Jetzt kannst du mir das Leder geben Ich bin wieder geheilt Tschüss Ey, könnt' nämlich gleich, irgendwie Ey, ich hab' nen Idee, ich hab' ne' Adie Ich kann euch irgendwie aus dem Knast ausbrechen lassen Aber da müsst ihr dann irgendwie um Leben und Tod kämpfen Das sag ich ihrem Chef Um Leben und Brot Um Brot und Leben Ihr kennt es ja So, wir gehen mal kurz in die Waffenkammer Ich weiß es Um Leben und Brot Ich gebe euch eine Chance, okay Ihr kriegt jetzt alle Waffen Ja, ihr kriegt alle Waffen Und ich bin nicht unsterblich Was für eine Waffe? Okay Wer ist denn da? Hallo, entschuldigen Sie Hallo, Silvia Er kennt uns nicht alle Wir kriegen ihn Hallo Jetzt geht noch nicht weit So, ich wollte gerade ein Spiel mit euch spielen Ja Und der arme Was ist denn mit Aua Guten Tag Was soll denn das hier? Komm mal, komm mal Aua Was soll denn das schon wieder? Sie sind in der Waffenkammer Wieso werden die immer getötet? Ey, ist das nicht illegal eigentlich? Wir sollen hier rein Aua Das ist überhaupt nicht illegal Ich möchte jetzt, dass hier um Leben und Tod spielt Hör mal auf Das ist ein Dings Ey, was für ein Brot? Ich werde da raus los Ich hole euch die Waffen raus Und ihr wartet davor Aber wenn wir alle sterben, kommt man da nicht mehr hin Ich bleibe jetzt noch hier So, ihr kämpft jetzt um Leben und Brot Jetzt kommen wir wieder an den Tippen So, jetzt kommt er Eberflüchtig ist ein Mikro Ich warte, das ist mein Mikrofon ist Lass es Nicht die Hose gemacht Jeder von euch kriegt jetzt ein Diamantschmerz So, das Wichtigste ist jetzt Wenn ihr mich angreift Oh, Lass in die Hose gemacht Okay Schaut mir leid Das heißt, wer will gegen wen kämpfen? Ich würde den da als Endgegner ansehen Ich möchte mal sehen, ob Lars gegen das Mädchen verliert Ich zähl runter Mädchen gegen Mädchen Okay, okay Oh Mann, der war gut Jetzt hör mal auf hier, die Leute zu besiegen Du kämpfst jetzt gegen das Mädchen Ey, Lass, ich reporte dich jetzt So, wir zählen runter Drei Zwei Eins Kampf, Kampf, Kampf Mach ihn Ah, mein Bruch Oh Gegen ein Mädchen verloren Ey, Lars Lass das mich nicht gewissen lassen Der nächste Kampf wird jetzt heftiger Und zwar werden wir den gleichen Kampf jetzt auch ausführen Nur in Unsichtbarkeit Nur in Unterhosen Das heißt also Das heißt, du kommst Oh nein, jetzt ist Lars Nur in Unterhosen wird jetzt gekämpft Okay Ich bin unsichtbar Ja, ihr seid jetzt beide unsichtbar Run away Nein Nein Ist voll Lars Lars, du lachst das gerade, hast du es ziehen? Hat er gerade Lars geschrien oder Easy? Nein, Easy Also Ich lebe noch Flo, du musst jetzt gegen Easy kämpfen Easy ist aber unsichtbar Viel Glück, Mann Challenge Ich mach Spin Attack Oh mein Gott, das sieht aber ganz schön heftig aus Pop Spin 3000 ist das Oh nein, oh nein Spin Bot Oh nein Und der Gewinner ist Erizole HD Ich zeig dich an wegen veranlässiger Tötung So ein toller Wärter So, okay Wollt ihr dann wieder nach Hause zu euren Müttern oder was ist jetzt? Ja Ich dachte, du bist meine Mutter Ich mach euch die Tür auf und dann könnt ihr nach Hause gehen, okay? Ich hab keine Lust mehr mit euch zu spielen Komm Ich zeig euch den Ausgang, okay? Das ist ja im Knast, kein Kindergarten Achso, ah, voll nett Das ist im Knast und kein Kindergarten So, jetzt gehen wir hier raus Und warum sind wir hier? Okay, wir sind jetzt einfach dem Steak folgen Einfach dem Steak folgen, ne? Oh, ich mag Steak Einfach dem Steak folgen So, ich schicke euch jetzt einfach nach Hause, weil eure Eltern warten doch bestimmt schon auf euch Aber ich hab noch eine Frage, eine ganz wichtige Ja, bitte Wer bin ich? Ah, sie sind, äh, keine Ahnung Du wirst schon irgendwie den Nachhauseweg finden So, also ihr geht auf jeden Fall durch den Asphalt Dann biegt ihr recht ab Dann legt ihr einfach das Schiff mit, okay? Und dann, äh Ach, das Schiff, ja Einfach Schiff und dann einfach rausbrechen, okay? Ja, tschüss Komm, morgen wieder Morgen um 8 Uhr ist wieder Kindergarten Okay, bis morgen, tschau 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 Tschau